So, Versuch Nummer 2. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Wir haben wieder einen Zuschauerwunsch und zwar von Domdomdomme. Zuschauerwünsche finde ich eigentlich immer ganz cool und eigentlich dachte ich auch, dass wir schon mal ein Video darüber gemacht haben. Aber ich habe extra Shundo oder Shando oder wie auch immer eingegeben bei YouTube und Ramses dazu geschrieben. Schando, Ramses und da habe ich nichts gefunden. Gab wohl also nur Videos über die Hunderter und Videos über die Shinies. Wer jetzt nicht alle Hunderter durchsuchen will, ob da auch ein Shiny dabei ist und nicht alle Shinies durchsuchen will, ob da auch ein Hunderter dabei ist. Für den wäre vielleicht ein Shundo, Schando Video super. Das war der Wunsch von Domdomdomme1203. Hallo Ramses, kannst du mal ein Video machen, in dem du deine Shandos zeigst. Shiny 100% viele Grüße. VG, viele Grüße, liebe Grüße. Richtig fette, saftige Grüße auf jeden Fall. Und dann habe ich das gemacht, wie immer. Ich gehe dann erstmal auf Google, gebe da Shando ein und suche mir einen passenden Hintergrund. Und nachdem ich nur so einzelne Bilder gefunden habe von irgendwas, was kein Hintergrund ist, habe ich dann das hier entdeckt von... Jetzt weiß ich gerade wieder nicht, wer es ist. Dem Trainer... Ne, Nick war was anderes. Doch, Nick. Trainer Nick. Trainer Tipps. Trainer... Klub. Klub Sandwich. Jetzt haben wir es. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Bild jetzt rausgesucht. Als Hintergrundbild gemacht. Hier unten steht nur Trainer. Wir nennen ihn jetzt einfach Günther, ja. Trainer Günther hat also ein super schönes Thumbnail mal gemacht, was wir jetzt als Hintergrundbild nehmen können. Ich glaube, es ist Trainer Klapp, weil das stand irgendwie gerade oben noch an der Ecke. Aber da hätte man Trainer Günther nicht mehr sagen können. Wir gehen jetzt also in das Spiel rein. Gucken mal nach Schilland und 4 Sterne, damit wir die 100%igen Shandos sehen. Die sind jetzt auch nach Pogedex sortiert. Ich habe insgesamt 10 Stück. Ja, es gibt sicherlich Leute, die haben 500 Stück. Gerade wenn es C-Day ist oder so, ist es sehr beliebt bei vielen Reisenden, dass die jetzt sagen, es ist C-Day. Okay, ich snipe mich von 100er zu 100er, bis ich einen 100er in Shiny habe. Und das mache ich in allen möglichen Zeitzonen, solange bis ich drei 100er Shinies habe. Und dann sind die mit dem C-Day fertig, weil die bei jedem C-Day diese erhöhte Shiny-Rate nutzen wollen, um ein Shando C-Day zu bekommen. Ich habe das noch nie gemacht. Obwohl ich die Möglichkeiten dazu hätte, habe ich das noch nie gemacht. Ich bin ja dann eher der, der lieber vorher nicht ins Spiel geht, damit die Level-Ups nicht angezeigt werden. Und dann nur in unserer Zeitzone reingeht, einen Stream macht und dann entweder unterwegs streamt oder wie auch immer. Und gucke halt, was ich dann in der einen Stunde oder wenn ich mal von zu Hause gestreamt habe, in drei Stunden dann zusammenkriege an Shinies. Und ob ein gutes dabei ist oder auch nicht. So, trotzdem sind hier auch mindestens eins dabei, was an dem C-Day als Shando kam. Aber das hat auch was Spezielles. Ich werde jetzt jedes Einzelne mal anklicken und dazu auch gleich eine Geschichte erzählen, wie das vielleicht auch zustande kam. So, angefangen eben mit diesem Mega 100. Das ist ein Tourtalk mit Sonnenbrille als Shiny. Werden viele schon kennen, werden viele wissen. Das ist auf Level 50, das ist 100%, das ist Shiny, das hat eine Mega-Entwicklung. Das ist auch Stufe 3 und das ist natürlich 100%. 8.07.2018, Hildburghausen. Das dürfte, glaube ich, auch das älteste sein, was ich je hatte. Damals gab es den C-Day eben mit Shigi, was man in der Wildnis als Shiny-Shigi fangen konnte. Und in Feldforschungsaufgaben gab es immer Shigi mit Sonnenbrille. Jetzt war das Besondere, an einem Stop bei der Post hat man aus der Feldforschung ein 100%iges Shigi mit Sonnenbrille gekriegt. Und bei, nee, es war Shiny. Die Shinies waren garantiert, glaube ich. Das ist ein bisschen kompliziert. Normalerweise, also wilde Shinies sind ja alle immer unterschiedlich gewesen. Der eine drückt es an, es ist ein Shiny. Der andere drückt es an, es ist kein Shiny. Jetzt war es bei den Feldforschungen aber so, an dem Stop gab es die Aufgabe für dieses eine. Und wenn das aus diesem Stop Shiny war, dann war es bei allen, die das an diesem Stop abgeholt haben, auch Shiny. Warum auch immer, es war so. Und jetzt hatte der Alex damals gedacht, was, da gibt es ein Shiny, hole ich mir ab. Und hat ein 100er Shiny bekommen. Und ich habe geguckt, dasselbe, es ist auch Shiny, habe es bewertet, ist auch ein 100er. Aber eigentlich sind ja die IV nicht gleich. Also, dass es für alle Shiny war, war damals so. Aber die IV hatten wir zwei, wohl beide Glück, dass wir das eben als 100er bekommen haben. Und das ist eigentlich schon der Schocker der Woche. Nein, aber das sind sie, der Pokémon, wirklich aus der Feldforschung an einem Pokestop mit Sonnenbrille. Wo für alle das Sonnenbrillenshiny drin war. Und mit etwas Glück konnte man also einen 100er kriegen. Gab es, glaube ich, seitdem auch nie wieder, dass man das so machen konnte. Aber war halt irgendwie cool. Viele haben gesagt, hier am Friedhof, am ersten Stopp, ist auch ein Shiny drin. Und dann sind viele dahin und haben sich das geholt. Wir haben uns auf die Innenstadt beschränkt. Daher ist das, das ist groß und das ist fett. Hier haben wir ein Taubsee, 100%iges Taubsee. Auch Level 50, Shiny 100% aus Budapest. Das ist zwischendurch mal mit einem Klicker gefangen worden. Der Klicker ist gelaufen, sozusagen. Da ist ein Shiny Taubsee dazu gekommen. Dann hat man es mal bewertet. Und dann hat man gesehen, es ist ein 100er. Ist also nicht gesnipet, sondern direkt, auch per Zufall, bekommen. Sieht man das überhaupt? Das ist, genau. Aber wer würde ein 100%iges Shiny Taubsee mit einem Pokeball fangen? Ich, weil es gesnipet ist. Hier, das war aus der Forschung, da haben wir das also mit einem blauen Superball gefangen. Das war wirklich mit einem Go Plus damals noch. Ne, Gottscha, Gottscha. Mit einem Gottscha, Gottscha war das damals noch, wurde das gefangen und war auch Zufall. Dann haben wir hier, da steht, Zaragoza, Spanien, Carvador. Müsste vom Sea Day gewesen sein. Carvador hatte einen Sea Day. Und Carvador hatte, glaube ich, auch noch einen zweiten Sea Day. Damals haben wir mal gestreamt aus Zaragoza. Da bin ich Route gelaufen. Da ist der Klicker auch verbunden gewesen. Wir haben die meiste Zeit gechattet, gelabert, gemacht, getan. Ein paar Rates nebenbei gemacht. Aber ansonsten hat er es über, durch den Klicker auch ein paar Shinies mitgenommen. Und auch hier, ein Sea Day Shiny 100% mit dem Klicker bekommen. Müsste hier auch irgendwas noch dran stehen. Event, die, ach nee, es war der, es war der Dezember Community Day sogar. Und da auch in der Wildnis gefangen mit dem roten Ball, weil es durch das Gottscha gefangen wurde. Also das war der Best-of. Und da war ein Shiny da mit drin. Dann haben wir hier noch eins aus London, England, aber als Garados. Alle von denen haben, glaube ich, die Best-Buddy-Schleife. Alle von denen sind 100% Level 50. Müssten also alle schon hochgezogen sein. Gab es damals ein Event, wo Garados auch vermehrt gespawnt ist. Das ist, glaube ich, eins okay. Wo ich dachte, so ein Garados, so ein rotes ist cool. Da ist man mal ein bisschen rumgejumpt und hat sich umgeschaut, ob es vielleicht irgendwo ein Hunderter gibt, was rot wird. Und das ist auch dann rot geworden. Ich glaube, Bob damals hat sich, hat sich 10, 10 oder 15 Stück rote, 100%ige Garados geholt. Völlig krank. Ich habe einfach nur geguckt. Eins wollte ich unbedingt mal haben, weil ich das irgendwie cool fand. Und ja, war kein Sea-Day, war irgendein Event. Ich weiß nicht, ob das noch dabei steht, was das ungefähr war. 28.01.2020. Ihr könnt ja mal googeln, was da war. Da ist das auf jeden Fall dann her. Snubbull, Hildburghausen, 9.05. War bei einem Forschungstag. Es gibt ja öfter so begrenzte Forschungen, wo ihr im Heute-Tab da verschiedene Aufgaben habt. Und immer, wenn ihr die Aufgabe löst, kriegt ihr einen Pokémon-Encounter und das dann hier 10 Seiten lang oder so. Haben sie dann umgeändert, dass es früher ging es nur mit Stops drehen und das machen. Dann haben sie irgendwann jedem die Seiten hingeblättert, dass jeder die gleiche Anzahl macht mit erhöhten Shiny-Raten. Das war auch super. Da habe ich auch aus diesen begrenzten Forschungstagen Shiny-Snubbull bekommen aus der Feldforschung. Was ich voll cool fand, um später beim Bewerten festzustellen, es ist ein Hunderter. Das war also auch Zufall. Kam eben aus dieser Quest als 100% Shiny. Steht das hier unten auch? Ne, 9.05.2020, aber könnt ihr mal googeln, da müsste der begrenzte Forschungstag mit Snubbull gewesen sein. Dann haben wir hier einen Xerox. Xerox ist der gleiche Fall, glaube ich, wie Garados. Weil es ja auch eine erhöhte Rate hat, hat man geguckt, dass man mal ein paar Hunderter abkrabbelt und sucht. War aber auch ein normales Event, war kein C-Day und ist jetzt deswegen hier aus Hualien City, Taiwan. Einfach mitgenommen, auch mega Entwicklung, alles fett am Start. Bruder Lander. Bruder Lander ist einer meiner Lieblings... Geschichten. Das ist 2019. Wann war der C-Day vorhin? 2018. Müsste dann das zweite vielleicht sogar gewesen sein. Das zweite... Schando. Schlando? Das ist das zweite irgendwas. War Kindwurm C-Day. Ich habe gespielt. Pupsi hat gespielt. Ein paar andere haben gespielt. Wir haben das beste Shiny... Ne, das höchste... Das höchste Shiny-Kindwurm, was wir hatten, durchentwickelt zu Shiny Bruder Lander. Das ist eben die C-Day-Attacke hat. Ich war an dem Tag Glücksfreund mit Pupsi. Hab gesagt, komm, wir tauschen unsere zwei Bruder Lander Shinies im Glückstausch gegeneinander. Und bei mir ist es einfach ein hundertprozentiges Shiny Bruder Lander mit C-Day-Attacke geworden. Was dann auch jetzt die Mega-Entwicklung durchgeführt hat. 13.04.2019. Das waren auf jeden Fall auch richtig coole Sachen. Müsste auch dann hier mit dabei stehen, oder? Leider steht hier nicht, dass es vom C-Day ist. Das ist schon so alt. Da gab es diese Anzeige noch nicht. Aber durch ein Tauscherhalten von SuperSani93. Dann haben wir dieses Giratina. Wo ich natürlich immer mit Glücksfreunden mittlerweile viel am rumtauschen bin und rummachen. Das kam also auch durch einen Tausch. Derjenige hatte kein normales. Er hat mir dann also ein Shiny gegeben. Und das ist dann glücklich und hundertprozentig geworden. Und das nutze ich die ganze Zeit in der Meisterliga. Auch hochgezogen brutal. 20.10.2020. Jetzt können wir mal gucken, von wem überhaupt. Mäusekind. Ha! Dann ist es ja von Mäusekind. So einfach geht's. Und da kam das her. Aber natürlich auch durch Zufall kannst du nicht ersnipen. Nix musste Glück haben dann beim Tauschen. Ist ja bei denen sowieso. Das gleiche gilt auch für hier. Ist auch ein legendäres. Shiny. Hundertprozentiges. Ähm. Aus Saragossa aber. Das kam von Planetiers. Steht ja auch dran. Also mit Sarina getauscht. Die hat mir das rübergegeben. Die hat es in einem Fernrate gefangen. Ähm. Und ist bei dem Glückstausch auch hundertprozentig shiny, lucky geworden. Ist auch hochgezogen. Wunderbar. Und dann ist es glaube ich schon das Letzte. Und zwar das Kosturso. Da war das Besondere. Kosturso ist glaube ich das erste Pokémon. Was mit nem C-Day eingeführt wurde. Es gab glaube ich kein Pokémon bisher. Was mit nem C-Day eingeführt wurde. Weil meistens sind Pokémon im Spiel. Und am C-Day werden die shiny eingeführt. Aber ähm. Kosturso oder warte. Velursi genau. War ein Pokémon. Das wurde mit für C-Day angekündigt. Gab es vorher nicht. Kam direkt ins Spiel. Und direkt als shiny. Und direkt als C-Day. Und war übelst nice. Deswegen habe ich da ja eh gedacht. Ich brauche für den C-Day dann auch mal zum entwickeln. Vielleicht ein Hunderter. Für die Event-Attacke. Für die Sammlung. Meistens wenn ein C-Day kommt. Habe ich ein paar Hunderter alte. Die ich dann vielleicht durchentwickeln kann. Und konzentriere mich nur auf die Shinies. Aber das war komplett neu. Also habe ich gedacht. Ich will mir wenigstens einen Hunderter gönnen. Für irgendwas. Habe abends mal einen Hunderter gesucht. Bin dahin. Habe das angedrückt. Wollte das fangen. Dass ich es nächst nachher entwickeln kann. Und beim Andrücken. Der erste Encounter. Das erste Velursi. Was ich angedrückt habe. War einfach ein Shiny. Ich habe da nicht stundenlang rumgewühlt und gesucht und gemacht. Ich wollte einfach nur das Hunderter haben. Und es war ein Hunderter Shiny. Ich habe gedacht. Fängst du das? Fängst du das nicht? Das sieht ja aus. Aber komm. Nimm es einfach mit. Ist egal. Es geht ja nur um 100%. Dass da ein Maximum rauskommt. Ist dann so gewesen. Ist mittlerweile gemaxed. Der C-Day danach hat auch mega Spaß gemacht. Haben dann noch eine ganze Ladung voll mitgenommen. Ist immer noch ein cooles Pokémon. Sieht einfach lustig aus. Erinnert mich hier an Orange und Lakritz. Und das waren alle Shandos. Die ich habe. Sogar Shlandos. Nicht nur Shandos. Shundo. Sondern auch Schlundos. Shlandos. Weil da sind ja auch welche mit Lack drin. Welches fandet ihr jetzt am besten? Welches fandet ihr am schlechtesten? Könnt ihr mal gucken. Das wäre die Reihenfolge. Wie ich die erhalten habe. Also das allererste wirklich. C-Day von Tour-Doktern. C-Day von Kindwurm. Kindwurm. Damit hat es also angefangen. Ansonsten. Wie viele Shundo's oder Shandos habt ihr? Habt ihr auch eine coole Geschichte dazu? Dann schreibt sie mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.